Die fand ich jetzt auch nicht schlecht. Wen haben wir hier? Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Okay, der... Schnappt euch die Rüstung! Ach, der Feder liegt für seine Teamkollegen. Ich hab große Pläne mit dir. Lasst uns loslegen. Ah! Ach, die Waffegröße. Das ist natürlich auch drin. Ach, die Waffegröße. Das ist natürlich auch drin. Ich schau mal, was passiert, wenn ich die Waffe ausgerüstet hab. Äh, ich stand voll im Ding. Äh, ich stand voll im Ding. Oh, okay. Sehr schön. Mein Meister! Sehr schön. Es lohnt sich, für unsere Welt zu kämpfen. Okay, schon chillen anscheinend. Kommt dieses Jahr früher! Uh! Ups! Ich hab mich jetzt gerade selbst eingefroren. Ah, okay. Dann kann ich den Wissert stürmen. Ah, okay. Dann kann ich den Wissert stürmen. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ah, okay. Dann kann ich den Wissert stürmen. Dann kann ich den Wissert stürmen. Äh, ihn halten wir hier. Ihn halten wir doch nicht. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre verbetet Erlösung. Schaut mit den Augen des Drachen. Möchtet. Du bist der Zinnkirchst. Ich bin der Zinnkirchst. Ich bin der Zinnkirchst. Aber es gibt es ohne Schmutz, dass ich alles nicht. Ich bin der Zinnkirchst. Ich bin der Zinnkirchst. Wagateki okorai! Hey, der schießt ja mal zurück! Wagateki okorai! Ah, ich wusste doch, dass man das besser sieht, aber... Einfacher Geomet! Der ist relativ gut. Seht, was unsichtbar ist! Mittel ins Platz! Ryo yo! Wagateki okorai! Ah, okay. Gut. Ähm... Haben wir jetzt noch jemanden? Ihn hier? Ah! Ok, aber man kann sich so nicht bewegen. Sobald ich noch nicht selber heilen können. Das Ding ist cool! Mir gefällt doch die Wache hier von ihm. Wow! Hohoho! Wahrscheinlich bin ich dann ein fahrender Panzer. Naja... Ah, das ist jetzt hier! Ah... Ah... Ach, das ist hier! Ah, das ist hier! Ah, das ist hier! Ah! Ah! Ah, das ist hier! Ah, das ist hier! Ah. Und sein Leger fehlt mir. Er ist zwar echt langsam... Ich beschütze die Unschuldigen. Oh, Raketenwerfer. Ich weiß nicht, was jetzt das gemacht hat, aber gut. Okay, damit kann ich sehr hoch rüpfen. Das finde ich eigentlich so cool. Wow. Das ist eure gerechte Strafe. Okay. Das ist ja ein bisschen übertrieben. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Okay. Der hat auch wieder so einen anderen. Wird sein. Die Stunde hat verschlafen. Ihr macht's einem aber auch zu einfach. Okay, war jetzt auch nicht unbedingt so spektakulär. Oh, ich glaube damit kann man durch die Wand schießen. Okay. Ihn hatte er. Ihn haben wir vorhin gesehen. Sie hatte ich. Ihn hatte ich. Ihn hatte ich auch. Ihn hatte ich. Ihn hatte ich. Ihn hatte ich. Ihn hatte ich auch. Ihn hatte ich auf jeden Fall. Und Affen und ich auch. Sie hatte ich glaube ich auch. Ihn hatte ich noch nicht. Und sie fehlt noch so wie sie. Ja, die treibt hier noch. Schauen wir uns die auch noch mal an. Bühne die Liebe? Oh Disrespect aber der Zeit war schwach, oder? Lauter, lauter!!! Yeah!!! Oh, oh, oh. Oh, jetzt schon mal was. Jetzt wird's massiv. Shit. Ah, ich kann mit L1 die den Modus wechseln. Ach ja, tust du das? Äh, das verstehe ich nicht ganz. Ach, äh, okay. Heil und Schaden verstärken ist so wie es aussieht. Ah, sie hüpft sehr langsam. Aber die müssen sie ja zum Gleit wahrscheinlich. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Untertitelung ab 20.04.2021